hallo und herzlich willkommen zurück bei among the sleep und dem versuch an dieses sternchen ranzukommen is it stuck again? yep it's stuck again nehmen wir mal die kiste hier weg ok muss doch tatsächlich aufstehen komm her ich hab ein paar so jetzt ist das ding durch das heißt jetzt erst mal gucken wo hier mein weg war weil sonst fliege ich bestimmt gleich wieder aufs Maul und bin tot was ich natürlich nicht möchte hei 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 tschuldigung was ich natürlich nicht möchte habt ihr erledigt was ich möchte abgestürzt mit zwei jahren ist das mit dem balancieren noch nicht so da gibt das noch leichte schwierigkeiten klar klasse jetzt hänge ich auch gleich wieder hier im chaos fest wo ist das Türchen jetzt oh man hier muss ich ran ach ne muss ich jetzt noch mal warte mal muss ich jetzt noch mal aufmachen oder war jetzt auf wenn ich das jetzt wüsste das habe ich nicht aufgepasst doch ist schon auf dann aber nix wie meck hier und darüber wenn wir hier dieses sternchen bekommen bevor wir hier wieder gekillt werden hätte ich fast gesagt lauf 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 wo 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 da komme ich nicht dran so oh oh hinter mir tut sich was aufmachen aufmachen weg 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 wo sind wir jetzt wuff was wieso fällt da ein ball und woher fällt der ball von oben von oben von oben oh gott was ist denn das hier verdreht jetzt was ist denn das jetzt für ne ich stehe auf den kopfperspektive hier ouch halleluja ok ok oh die tür auf hier bevor ich überhaupt nicht mehr weiß wo ich stehe in der küche da oben ist was und da war ein ball ich glaube den hole ich mir wenn ich das zu machen bringt das was egal ich mache es auf jeden fall mal zu hier ist doch gerade ein ball runtergefallen wo ist der hin was heißt einer mehr herrere ich glaube ich muss da vorne was runterschweißen oh je das ist wieder eine frage des zielens ja vergiss es oh ja komm den legen wir mal hier ab da komme ich hoch oh da liegt ja auch zur Norde auch ein bisschen wurfobst hätte ich fast gesagt halt wenn wir da liegen sollen wir erst mal wurfobst nehmen oh wurfobst trifft aber wurfobst holt die flasche nicht runter was ist denn das ah danke obst ist genug zum werben ach nö oh bleibt auf dem herd liegen ok ich bin etwas tapsig und schmeiße das ganze obst gleich runter ne wird nix ich brauche den ball wo ist ball 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 gut drüben waren noch welche bevor ich den suche wie weltmeister gehe ich mir einfach einen anderen holen komm her ja wenn man baseball könnte würde man höchstwahrscheinlich besser treffen als ich ach du dicke sei das ist kein werfen das ist fallen lassen hallo das geht geht das auch irgendwie Esther komm her ok oh hier die geräusche sind schon wieder ne nicht runterfallen ach manno hoch bleib hier liegen danke kann ich auch von hier werfen komm her komm her dein kumpel der andere ball ist schon weg ah ey was ist denn jetzt passiert jetzt bin ich ah runter gefallen so nochmal ablegen hochklettern nicht runterkicken auf den tisch legen auf den tisch legen auf den tisch klettern kalt schmeißen wer drüber ha nein sie sind ja runter gefallen ach nö kann man das nicht von da unten das der fliegt nicht wirklich so weit aber das andere haben wir ja auch geschafft boah das ist das keine ahnung keine ahnung funktioniert auf jeden fall mal nicht ach tja ball ist rund ne der fällt dann gleich runter oh das ist eine runde ball spielen ach brauchen wir jetzt nicht ach was ist jetzt los perspektivisch hier ach der ist nicht ganz ausgezogen oh ne ey jetzt aber das hat sie jetzt angehört dass sie noch runter gefallen wäre ne nächster versuch nein nicht die schublade aufmachen den ball nehmen ach oh my god ich glaub's ja wohl nicht ne leute hochnehmen weg da hoch hochklettern nach Möglichkeit nicht den ball gleich runterkicken und jetzt muss doch das ding da irgendwie treffen das gibt's nicht wieso treffen die kacke nicht hätte ich jetzt fast gesagt hab ich ja gesagt da schmeiß schau mal na doch das ist ein kurzer schnitt hä wieso wieso wirft er den apple hier besser wie na toll den werfe ich da oben drauf wo ist jetzt der ball wo ist jetzt der ball ja danke ja danke also geht doch geht das ding hier her okay vielleicht doch keine gute idee egal ich muss es hier einsetzen also weg hier wo waren wir wo waren wir wir waren hier hier wo ist das teil jetzt was ist da ja da muss ich wieder rüber genau ja genau der stern gehört da hinten lauf 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 ich hab's eilig ja komm 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 das reicht doch so geht die nicht auf hä why wieso nicht ist das ein scherz oder was keine ahnung auf die tür komm hi man doch was ist jetzt los was ist jetzt los jetzt jetzt tun mir einer einen gefallen und sagen nicht dass ich was hat das mit dem elefant auf sich was hat das mit dem elefant auf sich ok wo ist mami ich höre dich wo muss ich jetzt lang oh da hinten da hinten bin ich gekommen aber muss ich da auch wieder hin wenn ich sie jetzt singen hören würde wäre es einfacher höre ich aber nicht na komm ja das ist eine gute frage jetzt ne gehen wir da unten durch oh nicht gut nicht gut nicht gut nein da geht es glaube ich dann doch nicht weiter da kann ich mir bloß was stecken unter dem tisch was ist das stück seife keine ahnung ok gehen wir mal hier weiter aber das war ja wieder die küche da war ja eigentlich nichts das obst liegt immer noch auf dem boden das obst was war das achso ich hab hab ich jetzt den elefant mit oder was aus ouch ja gute frage nächste frage wo lang ähm wo bin ich ja aber da habe ich ja nur das teil runter geholt ne da geht nichts also hier kann ich definitiv nicht abhauen das heißt ich muss woanders landen aber wo wo ist der ausgang wo kommen wir nach hause wo kommen wir nach hause uff das war jetzt auch glück da ist nichts ok Mist ich will jetzt nicht sterben jetzt habe ich diesen elefanten naja achso den muss ich ja jetzt dann wieder in die kiste tun aber wie komme ich da jetzt wieder hin es gibt ja keine abkürzung ja doch nicht scheiße naja ich bin doch am leben das ist ja schon mal was ich kann doch nicht den ganzen weg wieder zurücklaufen oder was ist das hier gibt es ja keine Tür irgendwo durch die ich ganz schnell abhauen kann ich höre aber wo welche hinter der roten Tür und hier ist gar nichts Mist gut braun oh das sieht gut aus oder und das sieht nicht gut aus was ist was ist was ist shit ach Mist Elimination klar doch Mist ok ok die Geschichte müssen wir vorsichtiger angehen komm ich da rein kann man da rein na 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 ist da irgendwas ist da irgendwas Puuuuh was ist mit der Tür hier na toll Dann mal ich die wieder zu jetzt, geben wir mal die zu, was ist mit der hier, oh das ist eng hier oh da ist noch ein Bild er hilft uns jetzt aber nicht weiter ok aber das hier war jetzt nicht wirklich erstrebenswert da durchzuladen oh da ist zu da geht nichts da kann ich nicht lang, das weiß ich inzwischen auf jeden fall nicht einfach so da ist aber noch eine Tür da geht es auch nicht durch zurück 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 waaah pfffuuu Mann das jetzt ich glaub die bringt mir nichts hier geht aus dem glaub ich in die falsche Richtung ich muss, na geh mal zu hatte ich da noch eine andere Möglichkeit vielleicht Moment Moment das ist die rote durch die ich gekommen nein da bin ich her gekommen genau da war ich da oben schon war ich da oben schon ja da war ich schon klar da habe ich mir den Elefant geholt nicht okay das nützt mir also nichts ich muss da lang auch okay okay laufe na na ne Das war die Scheiße. Schräge, das ist die, wo ich ruhig will. Man wollen gar nicht reden, ne. Das ist jetzt doch nicht. Leute, ist das orientierungslos jetzt gerade. Was ist die hier? Zu viele Türen. So blöd, dass es immer dunkel wird, wenn man... Da ist auch noch mal eine. Scheiße. Geh auf. Das ist alles zu hier. Das ist dummer, weil es alles zugemauert. Da gibt es hier irgendeins, wo auf ist. Ja, in die Richtung. Ey, das gibt es doch nicht. Da vorne ist die Rutsche. Bin ich blöd. Nein, in die Rutsche. Nein, in die Rutsche. Halt. Ja, komm rein. Hallo, was ist jetzt los? Ja, nicht der Elefant rein. Selber rein. Ah, jetzt hänge ich irgendwo. Hallo? Was denn jetzt? Hallo, kann ich nicht mehr aufstehen? Jetzt habe ich mich irgendwo... Ach, du Dickenass. Jetzt glaube ich mich, glaube ich, irgendwo... ...backmäßig festgefahren. Na toll. Ich kann nicht aufstehen und ich kann nicht weg. Das ist ja jetzt... ...absturzmäßig vorgesehen, oder? Was war denn das jetzt? Hallo? Wieso willst du jetzt nicht rein? Uh. Den Elefanten wollen wir jetzt noch nicht reinschmeißen. Ich würde gerne selber rein. Hallo, wieso geht das jetzt nicht? Aufstehen. Reingehen. Ich komme nicht rein. Und ich habe keinen Plan, warum. Ah. Oh. Doch, jetzt weiß ich schon. Äh, äh. Ne, 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 ne geht nichts, es ist schwarz, es bleibt schwarz, hallo, jetzt dachte ich schon, ach, mein Teddy ist kaputt, das bedeutet einfach ich krieg kein Licht hier, das ist aber nicht gut, das gefällt mir aber gar nicht, wo bin ich, ich kann ja nicht zusammenbauen wieder oder, oh oh, shit was ist jetzt los, na toll, dann laufen wir mal dem Licht nach, was not now, das ist Mami, oder, hey die haut vor uns ab, na wen interessiert das, ich komm trotzdem ok, das nenne ich ein Wettrennen zum Licht, aber schneller geht es nicht und jetzt oh, Mutti hatte einen schweren Tag, ja, ich hatte eine schwere Nacht hier was ist los na los jetzt habe ich ein Elefant und Stück von meinem Teddy, oh und was ist das, ok, ich laufe einfach mal zum Licht, gehen sie nicht zum Licht, oh das ist doch das Haus, das ist doch cool, das sollte doch dann so sein, dass ich jetzt da rein, 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 nein, nicht die Tür zu machen, Freunde, rein, 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 aufstehen, was schmeißen wir rein, Teddy oder das Teil? äh, Elefant, der hat was von Ottos Elefant, zumachen, halt oh, ah ja, ich hab ja noch Teddys Foto, ja, deswenkstens was, sonst würde ich die Tür ja nicht aufkriegen, hab ich da eine nochmal, ah, ist noch alles drin, hallo, was ist jetzt, achso, muss ich, also hier ist alles voll und die Tür geht auf kommen wir jetzt nach Hause aus dem Kleiderschrank raus es ist morgen wir sind im typisch aufgeräumten Kinderzimmer aber wo ist Mami jetzt hier sieht's aus wie bei Hempels unterm Sofa hallo hallo Mami okay okay, da ist niemand ähm oh, da ist ein Schlüssel na komm, nimm ihn wo ist die Tür dazu äh, hab ich den jetzt überhaupt oder liegt der noch da rum der liegt noch da rum na gut, ich würde mal sagen, ich muss runter damit oh, cool und wenn nicht, die schmeißen ja gerade runter hallo na, gib ihn mir doch her wo ist die Tür, wo der passt die ist bestimmt irgendwo hier unten schon alleine, weil ich wieder die Herztöne in meinem Ohr höre, gehe ich mal davon aus, der Schlüssel muss irgendwo hier unten in ein Schloss halt, ich höre jemand ich höre jemand, ich höre jemand, ich höre jemand da ist Mami oh ich glaube eindeutig Mami hat einen über den Durst getrunken hallo oh, da ist Teddy oh, da ist Teddy oh hey, hey, hey oh, klopfts? nicht gut was machen wir mit dem Schlüssel macht wer? ich habe doch Bär wieder ok ich brauche für irgendwas diesen Schlüssel für irgendwas, für irgendwo wo bin ich jetzt? ja, wo bin ich jetzt? wo bin ich jetzt? und was ist das Ende? ok dann war das das Ende da ist schon die Frage, ob es da noch ein anderes Ende gibt auf jeden Fall war es das mit einer moralischen Touch am Ende ja, Ende bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht, aber ok so ist es das war der letzte Teil von Among the Sleep bis die Tage und Tschüss mit dem es ist Bye von Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020